Mahlzeit ihr Lieben und Herzlich Willkommen zurück zu Transport Fever. Weiter hier geht es mit der Ziegellieferung. Ich meine nur vor 4 Städte zu verbinden. Erstmal. Geht bestimmt noch mehr. So. So. Okay. So. 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 die steigung zu groß Mensch mei, ist ok bei Kreuzdingi Hier sieht wieder schäbig aus Ich bin immer weg Ich bin immer weg Da muss auf jeden Fall der Lüber Jetzt gehts gar nicht mehr So, jetzt muss man da noch gut mit Lever Signale gesetzen Der will hier raus Der muss eventuell der Warte, falls da einer kommt Da werden sie für das ankommende So muss das funktionieren Wir hätten auch wieder für jede Linie eigene Gleise mal können Aber das dauert ja langweilig Okay, wir fahren Eigentlich könnt ihr ja die selbe Linie nutzen Mit den Öl Man muss halt anfangen, nur für andere Gleise Das wäre cool Das ist Kamatoyunov Gleisen Dann 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 Und dann 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 So, jetzt noch ein. Du Neimutsacht Nun kann eure Geschwerte gut Obwohl da muss ich dann ganz nie wandern Uiuiui Weil wenn er auf der Spur bleibt Kommt da der Runa Der Runa wollen wir ja nicht Deswegen brauchen wir da noch so eines Da muss man mit Signal arbeiten Aber vorher Verbinde mal das Stück noch Und dann können wir da noch Auf der anderen Seite Und dann können wir da noch So... so der Lach es gibt die Gewurschtel da 60 mal 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 So, ich muss das Teile machen, was ich auch schon mal gebaut habe. So. So Ah, das haben wir ja schon gemacht Wir machen einfach jeder Ankommende Ich muss eventuell halten So Hier Hier soll eigentlich nur der halten Genau so hier der Jawohl Ja doch So Ach, das wird jetzt So 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 Weich ist ein großer Der Wo eigentlich auf der Haarstrecke Soll eigentlich schon Durchfahrt haben Oder Vorfahrtbesitzer So 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 Da kommt er auch gedüst So 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 Und dann nutzt ihr komplett die Strecke. Ein Hauswüffel gemacht. Machen wir aber. So. Der hat die Dose geknelt, dass er warten muss. Vor der Strasse. Äh nach der Strasse. Das ist ja gut. Total der sichere Huf da vorne. Das sollte auch funktionieren. Ich glaube soweit die Strecke wäre ready. Könnte mich aber auch täuschen. Schauen wir mal. Der war Domi drauf. Spaltet sich da ab. Wie ist das so gemacht? Okay. Da geht aber auch nicht weiter. Ja gut er kommt jetzt so halt eventuell. Ja da müssen wir so machen. Okay. Und du musst da rein theoretisch wieder auf die Hauptstrecke drauf. Von mir. Von mir. Ja da kann von mir aus du auch halten. Oder. Das ist schon alles schwierig. Nein dann tut es komplett das äußere Gleis. Oh. Oh. Ja. So kann man es machen. So. Dann muss auch natürlich doch die Zweckleise durchmachen. Oh Jesus. So ist das. So. Ich hab die Zähne. Und jetzt. Ich habe das. Ich habe das. Ich habe das. Oh Gott. Ich habe das. Ich habe das. Nichts, dass ich das nicht nennen. Das Problem ist, wenn es abgeht, wie man Buckelschi jauchen So, wir haben uns halt weiter ohne. Warte mal, dann würde ich doch lieber so machen. Okay, du warte, du du warte. So, ich ändere das ganz schnell. Ist eh mal überfällig. So, jetzt mal kurz, warte mal. So, ich fahre bald einen Hut wieder zu. So, wir bauen dann noch einen Gliederbahnhof. Da bin ich schon fast vergessen. Anzahl Gleis, nehm mal Gleis 3, LKW Terminals 2, Anzahl Terminals 1. Bahnsteiglänge. So, jetzt schon mal so im Standort, ne. So. 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 Also Der Bahnhof habe ich jetzt auch noch nicht gebaut, das können wir uns jetzt mal. Ich habe da irgendwie einen River mit der Brick. Ah, schon ein verkehrtes Teil. So. oh Gott im Himmel das ist ja die C-Ding Na ist das nicht. Ach gut. Ich bin ein halbes Schock. So wächst mal die Spur. Und da läuft es ja. Okay. Hier immer der ankommende Stopper. Und der hier. Bei der Ausfahrt kann man noch in der Mangel. Das hier ist der Wetter auch verbunden. Jetzt fällt mir immer noch nicht so richtig. Aber das sehen wir auch in der nächsten Folge. Also bis zum nächsten Mal. Haut rein ihr Lieben. Ciao.